Ich glaube, wie viele Pfeile hast du noch? Geht, ne? Haben wir noch einen Skorpion. Geht, ne? Geht, ne? Geht. 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 Ja, schon, sehr schön. Ja, lauf doch den Kreis eng um unser Gefährten! So jetzt. Warte die Pfeile für den Drachalila. Die! I don't want to hurt you, but I will! Die! Die! Don't make me hurt you, Wanderer! Don't make me hurt, Wanderer! Die! Das war's für heute. Ähm, Beifer? Ja? Dein anderes Skorpion hier in der Wüste, den lasse ich euch am Leben, wenn ihr wollt, ja? Was kommt, du, ein bisschen auf beide Mal, du? Na, ich mein, ähm, bei dem anderes Skorpion, den ich dir vorhin gezeigt hab. Ach so, ja, die kannst du euch gehen, wenn du willst. Naja. Wenn man es den Mann mal sehen hat. Noch ein Trauma und dann ist gut. Eine Schicht im Schacht. Schwer drin, wie lange du willst. Ich schmeiß hier ein Schwert, warte, warte. Ja? 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 Ja?